Hallo liebe Eltern und ein liebes Hallo an alle da draußen und die Freunde des Schuvi-Du YouTube-Kanals. Ui, das war ein schweres Wort. Wie ihr wisst, wir sind ja immer auf der Suche nach passenden und ergänzenden Accessoires bei uns im Geschäft oder die wir unseren Kunden sozusagen immer wärmstens mit ans Herz legen können. Und da sind wir doch im letzten Jahr über Slipstop gestolpert. Wir hatten mal mit einer kleinen Kollektion haben wir angefangen. Dieses Jahr, ihr seht, es ist schon etwas mehr geworden. Und auch hier kann man sozusagen sagen, es ist sein Geld wert, weil diese super kleinen Schläppchen sind sozusagen richtige Allrounder. Das heißt, ich kann das zum Beispiel als Hausschuh nutzen. Ich kann es für den Kindersport nutzen. Ich kann es aber auch als Badeschuh zum Beispiel zum Babyschwimmen oder in den Pool mitnehmen. Ich kann damit auch am Strand entlang laufen und ich kann es natürlich auch generell als Erstschuh für die ersten Laufen lernen, pro Versuche des Kindes sozusagen gleichermaßen mitnehmen. Sie bestehen aus recyceltem Polyester, haben wie die Lederpuschen auch hier oben einen Gummizug und sitzen damit praktisch immer an der schmalsten Stelle des Fußes in der Fessel. Es kann also auch nicht ganz leicht abgestriffen werden. Der Gummizug ist ein bisschen breiter gehalten, damit es sozusagen anliegt, aber nach Möglichkeit nicht einschneidet. Im Gegensatz dazu muss ich auch sagen, was ich wiederum sehr toll finde. Wir haben eine anatomisch korrekte Ausführung. Man sieht also hier schön die Rechts-Links-Variante. Dann zudem hat er sozusagen eine verstärkte Innenkappe, dass auch der Zehenbereich schön geschützt ist und das machen die sozusagen hier mit so einer Einarbeitung, die dann hier auch noch mal mit extra Baumwolle abgefüttert ist. Die gibt es sozusagen von klein bis richtig groß. Selbst Mamas oder Papas könnten sich sozusagen hier mit passenden Größen eindecken. Wir haben sie vorrangig bis zur Größe 32 da, was aber nicht bedeuten würde, man könnte es auch noch mit größer bestellen. Und wie ihr seht, bleibt natürlich kein Wunsch im Grunde genommen offen. Wir haben es hier also wirklich auch mal mit schlichten Modellen zu tun, wie zum Beispiel hier mal ganz in Naturfarben. Dann kommt natürlich wieder mal was Glitzeriges für die Jungs, was mit Dinos oder dann auch natürlich hier wieder was Einfarbiges. Und but not least, wenn es denn will, haben wir hier auch noch mal was total Glitzeriges. Mehr Jungfrauen und Glitzerdruck sowieso. Man sieht also wunderbar schöne Ausführungen. Da ist glaube ich für jeden Geschmack dabei. Und bei einem Verkaufspreis von unter 30 Euro, muss ich immer sagen, ist es doch ein bisschen lukrativer als zum Beispiel eine Lederpusche, die natürlich, ich sage mal fast immer, bei 45, 46, 48 Euro liegt. Also hier was ganz Tolles für die Kita, für den Sport, wie auch immer. Hier gibt es so viele Anwendungsmöglichkeiten. Ich denke mal, da würde man fündig werden. Und damit verbleibe ich für dieses Mal und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin!